Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu All The Mods 3. Ja, willkommen zurück. Ich habe ein bisschen was rumgetestet und zwar zum einen, ja ich hatte recht mit dem Rancher, dass wir damit sozusagen Milch, beziehungsweise bei Schafen könnte man dort auch Wolle mit generieren. Die zweite Möglichkeit war Milk in a Jar. Können wir mal ganz kurz angucken. Milch in a Jar ist es glaube ich, genau, oder Kau in a Jar ist es eigentlich. Ja, bei dem kann man sozusagen, die produziert sozusagen dann auch dauerhaft Milch. Die können wir auch dort mit Pipes ableiten. Das Problem ist hier aber nur die Tick Rate. Das heißt also, wie schnell Milch produziert werden kann und die ist sehr, 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 sehr gering. Und dementsprechend habe ich mich jetzt für den Rancher entschieden, dass wir da sozusagen Milch mit produzieren. Und ich werde den natürlich ein bisschen anders konfigurieren. Das werden wir aber gleich alles sehen. Zum einen brauchen wir erstmal den Rancher. So, das ist erstmal die erste Maschine, die ich dann eben kurz brauche. Das ist ja auch relativ easy hergestellt. So, ein Tingear, dann ein bisschen einmal das Maschinenframe, dann brauchen wir noch zwei Scheren und einen Eimer sollten wir haben. So, dann haben wir den Rancher hergestellt. Das wäre nämlich zum Beispiel der Part 1 unseres ganzen Dings. Dann brauche ich etwas. Und zwar, das Problem ist, der Rancher arbeitet dauerhaft. Das heißt also, auch wenn der Tank sozusagen voll ist, versucht er weiter zu milken. Also die Kuh zu milken. Und ja, das ist natürlich nicht so schön. Das belastet natürlich auch bloß die Kuh. Und dementsprechend müssen wir da einen kleinen Riegel zufüllen. Ich mache das mal ganz kurz anders. Genau, und zwar ist es diese Maschine, der Liquid Monitor. Der hilft uns sozusagen, ja, Flüssigkeiten, beziehungsweise ja zu kontrollieren, wie voll sozusagen die Maschine ist. Und anhand dessen können wir ein Redstone-Signal ausschicken und den Animal Rancher anhalten. Das ist im Prinzip die gesamte Vorangehensweise bei dem Stück hier. Dann brauche ich Ultimate Cable. Zum einen brauche ich etwas Energie, denn der Rancher braucht natürlich auch Energie. Zum anderen brauche ich auch etwas für Fluids, das haben wir hier, um die Milch dann auch weg zu transportieren. So, zu guter Letzt brauche ich jetzt aber noch irgendwie was, wo ich denn die Kuh auch mit transportieren kann. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch das Golden Lasso, haben wir hier sogar zum Beispiel. Dann nehmen wir doch einfach das Golden Lasso dafür. Gut, dann einmal ganz kurz nach unten zu unserer Kuhfarm. Ich stelle hier mal ganz kurz eben den Mob Crusher aus. Fliege hier einmal kurz durch, schalte das einmal an, lasse mal ganz kurz Kühe erzeugen. Nehmen wir irgendeine Kuh da mal raus. Wunderbar, die brauchen wir nämlich, damit wir auch was milken können. Stellt das wieder ganz kurz an und dann sind die abgefrühstückt. Gut, perfekt, dann eine Etage höher und jetzt wird es sozusagen lustig. Das Bild kommt sozusagen jetzt zum Leben. Und eine Sache, die ich vergessen hatte, ist hier nämlich, hier brauchen wir auch Strom. Logischerweise brauchen wir auch hier Strom und dementsprechend müssen wir hier auch mal ganz kurz eben Strom herziehen. Wäre vielleicht nicht so ganz so, ganz so verkehrt, wenn wir das machen würden. So, zum einen hier, zum anderen da. Perfekt, eigentlich könnten wir das, ah ne, das können wir auch so lassen. Okay, so, zum anderen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen arbeiten und mal ein bisschen schauen, dass wir das vernünftig hinbekommen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich es bauen möchte hier. Das geht auf jeden Fall noch eine Etage tiefer, das ist gut. So, ich muss ein bisschen, ein bisschen hier mal eben gucken. Zum einen kommt hier jetzt hinter noch der, der Crafter, korrekt? Ja, das ist richtig. Das Problem ist, irgendwo muss ich ja auch mit dem Stromkabel noch runtergehen. Das heißt also, äh, nee, das ist falsch. Das heißt, irgendwie, ähm, hm, irgendwie, irgendwie, bloß wie ist die Frage. Also, ich muss ja hier noch, beziehungsweise, ich stelle mal ganz kurz den Ranger auf. So, der Ranger, äh, beziehungsweise, doch, das ist jetzt der Monitor, da ist der Ranger. Ähm, ne, der, der soll hier stehen. Hiervor soll die Kuh stehen, logischerweise. Das kann man schon mal soweit vorbereiten. So, ähm, nur, ob man sich das ein bisschen mal eben kurz bildlich vorstellen kann. So und so. Theoretisch kann ich das auch gleich ganz hier zubauen. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr hier. Also, hier soll die Kuh hin. Hier muss nochmal ganz kurz eben erstmal eine Liquid Pipe hochgelegt werden, damit die Kuh da auch nicht rüberspringen kann. Perfekt. Das Ganze muss hier nochmal ganz kurz auf Pull gestellt werden. Hier sollte nichts reinfließen. Wir dürfen hier aber momentan nichts, ähm, umstellen. Ansonsten fließt hier jetzt Wasser rein. Das soll natürlich nicht passieren an der Stelle. Deswegen müssen wir ganz kurz warten, bis der sozusagen hier Milch hat. Aber jetzt muss man erstmal Energie her. Jetzt die Frage, gehe ich von hier aus mit dem Energiekabel runter? Hier hinten kann ich ja nicht runter. Weil, wie gesagt, hier ein Crafter steht, den ich, glaube ich, schon gebaut habe, letzte Folge, aber noch nicht aufgestellt habe. Okay. Ähm, das machen wir mal eben folgendermaßen. Ich stelle mal so ganz kurz da einen hin. Den da einfach dahinter. Dann passt das. Gut. Jetzt muss man, wie gesagt, da noch eben Energie runterlaufen lassen. Also theoretisch mit dem Energiekabel könnte ich hier runter. Ich könnte es aber auch ganz einfach so machen, dass ich das hier irgendwie langlaufen lasse. Sieht ein bisschen fanziger, glaube ich, aus an der Stelle. Verbrät vielleicht ein bisschen mehr Kabel, aber davon haben wir ja eigentlich genug. So, und, äh, ein Kabel zu wenig. Das kann ja wohl nicht die, das ist ja wohl hier die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe. Ähm, das brauchen wir. Stell mal ganz kurz einen her. Das macht ja im Prinzip gleich E8. Oh, hat er schon fertig? Ah, nee, er craftet jetzt gerade noch durch. Das ist die Elite. Und dann sind es die Ultimate. Perfekt. So. So, das sollte Energie geben. Der sollte Tinte auf dem Füller geben. Sehr schön. Dann können wir das da auch zumachen. So, das heißt also, der hier hat jetzt auch Energie. Genau, und er läuft jetzt auch schon. Das Problem an der ganzen Stelle ist jetzt, dass er, ähm, ja, dauerhaft läuft, wie ihr oben merkt. Und, äh, ja, er kann sozusagen hier nicht aufhören. Und dementsprechend haben wir jetzt hier unseren Liquid Monitor gebaut. Der jetzt hier einfach so dran kommt. Und dann stellen wir jetzt mal folgendes ein. Und zwar, sagen wir ihm jetzt, wir können jetzt, äh, er hat jetzt ein, ich weiß es gar nicht mehr, wie einen großen Reichweite. Drei Blöcke oder so. Ich glaube, ein Drei-Block-Reichweite. Na, stimmt gar nicht. Genau um sich herum wahrscheinlich. Genau ein Block-Reichweite. Sonst würde er nämlich den Tank nämlich auch erkennen. Kann er alles mögliche erkennen, was, ähm, ja, Flüssigkeiten, äh, irgendwie beinhalten kann. Das hat ja auch eine kleine Tank-Funktion, wie ihr seht, das Kabel. Das kann ja auch ein bisschen Flüssigkeit beinhalten. Ähm, das kann sozusagen genau einen Block um sich herum. Das heißt also, hier oben drüber, hier nach vorne, links, rechts, geradeaus. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Und dann kann man sozusagen hier in der Liste sehen und kann sich sozusagen den Block raussuchen, den man überwachen möchte. Und dann kann man jetzt hier unten schöne Sachen einstellen. Zum Beispiel entweder off, man möchte kein Redstone-Signal senden. Wir können sagen less. Das heißt also, ähm, wenn weniger als so und so viel Prozent drin sind, dann kommt ein Redstone-Signal. Und wir sagen jetzt einfach, wenn weniger als 100 Prozent drin ist, dann kommt ein Redstone-Signal. Wir können auch sagen, wenn mehr als 100 Prozent drin sitzt, dann kommt auch ein Redstone-Signal und so weiter und so fort. Wir sagen aber less. Das heißt also, wenn dieser Tank gefüllt ist, dann soll ein Redstone-Signal kommen. Wir sagen, wir machen nur Active on Redstone-Signal. Und ihr seht, oben arbeitet er weiter, weil sozusagen hier das Redstone-Signal kommt. Wenn wir jetzt off sagen würden, würde er anhalten. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, less, arbeitet er sozusagen. Und wenn wir ihm jetzt hier noch eine Kuh dazu geben, dann funktioniert das Ganze auch, hoffentlich. Schwupps. Ah, da hört man den schönen Sound. Wupp, 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 wupp. Da wird die Kuh gemolken. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, ist hier einen Sound-Muffler einzubauen, weil das doch schon selbst hier noch reichweitentechnisch zu hören ist. Gibt es den nicht eigentlich mehr? Ah, Sound-Muffler, genau. Dafür braucht man einen Noteblock. Und eine Wolle. Wobei ich keine Wolle mehr habe, wie es scheint. Da können wir auch weiße Wolle nehmen. Können wir auch String bauen. So, haben wir den Sound-Muffler. Und da hilft einfach nur, dass das ganze Gemur, beziehungsweise dann auch die Milch verschwindet. Also man hört es noch ganz leise, wenn man ganz genau hinhört. Aber ansonsten ist es sozusagen jetzt ruhig. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich das hier auch wieder zubauen. Hier brauchen wir auch eigentlich nicht mehr ran. Das kann ich theoretisch dann auch gleich mal mitzumachen. So. Ja, sehr schön. Funktioniert sehr, sehr gut. Hier ist wie gesagt noch der Tank, der vorher gefüllt werden soll. Die einzige Sache ist, ich sollte nach unten schon mal einen Eingang machen. Zack, ist da auch die komplette Milch drin. Und das hätte jetzt mit so einem, ja, Milk in the Jar ziemlich lange gedauert. So, das können wir hier die Verbindung auch noch trennen. Dann ist hier wirklich nur noch das so verbunden. Sehr schön. Und hier sitzt sozusagen Milch drin. Und dann können wir jetzt im Prinzip hier auch das Milchrezept einfach reinlegen für den Fall. Und ich habe irgendwie mehr Blöcke verbraucht, als ich wieder gesetzt habe. Das ist auch irgendwie nicht richtig, oder? Kann das sein? Ah, stimmt, weil ich hier das zugemacht habe, ne? Aber ich denke mal, wir haben doch noch Ism, oder? Ja, wir haben noch etwas. Das ist kein Problem. Sogar schon die richtige Stufe. So, dann kann ich es hier im Prinzip hier jetzt ja ausschließen. Und hier auch schon mal zumachen. Und dann sieht man davon gar nichts mehr. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ähm, dazu ist mir jetzt auch noch, obwohl mir fällt gerade was Gutes ein. Ich glaube, hierfür habe ich eine ganz coole Idee. Das Problem ist ja, wir würden hier reinfallen. Das soll hier also oben natürlich auch abgeschlossen sein. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, keine Fassaden. Hatten wir, glaube ich, nicht, ne? Ähm, ne, ich glaube, wir hatten keine Fassaden. Ich glaube, Mechanism hat Fassaden, oder? Da bin ich jetzt auch ein bisschen übergefragt gerade. Ich glaube, wir haben die normalen Fassaden, haben wir nicht. Ähm, aber wir haben Schizzle and Bits, glaube ich, ne? Schizzles and Bits. Haben wir. Sehr gut. Das könnte jetzt ein bisschen komplexer werden. Aber, ist eigentlich sehr, sehr cool, Schizzles and Bits. Da können wir doch bestimmt was Cooles mit machen. Haben wir auch noch nicht mitgearbeitet. Und dann machen wir auch noch eine kleine Baufolge mit draus. Was soll's? Ähm, ich sollte vielleicht sonst noch eben kurz das Milchrezept noch eben vielleicht schnell machen. Ähm, Milk. Ach, Mild habe ich geschrieben. Milk natürlich. Logischerweise. So, und zwar. Nee, nicht das. Uh, das wäre auch noch clever, glaube ich, ne? Vorher aus der Milcheimer. Äh, vor aus dem Milcheimer. Einer hat die Kurze jetzt gedrückt gehabt. Egal. Äh, da, 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 das wollte ich haben. Vorher aus dem Milcheimer diese anderen Milchbuckets machen. Das war immer, Wasser ist nämlich lohnenswert. Aber, wo ist es denn hier? Irgendwo haben wir das Rezept doch bestimmt hier. Äh, da, 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 da. Hier, können wir nämlich die Fresh Milk machen. Können wir mit der Fresh Milk, können wir nämlich auch jedes machen. Das sind das nämlich vier. Huh. Butter. Das ist doch sehr gut. Aber das ist andere Butter, glaube ich, ne? Das ist nicht die Butter, die wir brauchen. Sehr gut. Ich, ich will mal ganz kurz eben einmal schauen. Ähm. Oh Gott, wie ist denn der Burger nochmal? Äh, Deluxe Burger, ne? Genau, Deluxe Burger. Ne, Cheese müssen wir machen, genau. Käse. So, und da können wir nur, ach doch, da können wir auch Fresh Milk benutzen. Geil, dann können wir das Ganze vervierfachen auch noch. Boah. Sparfuchs, Sparfuchs, hätten wir gar nicht gebraucht, oder brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ist eigentlich Quatsch, weil das ist ein Arbeitsschritt mehr. Aber wäre cool gewesen. Also wenn man das Ganze noch so ein bisschen verfeinern möchte, naja, komm, brauchen wir jetzt nicht. Aber schön zu wissen, dass das funktioniert. Und dass man da sozusagen noch, ähm, ja, Milch sparen könnte. Aber brauchen wir nicht. Wir haben eh genug Milch. Also unsere Kuh wird da eh schon, ähm, sehr, sehr gemolken. Ähm, so, ich brauche aber das Rezept jetzt. Zack. Und dann brauchen wir, oh, ähm, stopp. Das wollte ich nicht rauswerfen. Dann brauchen wir jetzt noch, oh Gott, ähm, Burger nochmal. Äh, Deluxe Burger. Das Rezept haben wir alles. Butter müssen wir noch herstellen. Äh, verdammt, das müssen wir hier herstellen. Äh, Cheeseburger da. So, und zwar Butter. Äh, das Rezept hätte ich ganz gerne. Nein, nicht Sojamilch. Mach's richtig. Ich schifte mir immer Sojamilch rein. Ähm, wobei es eigentlich als Milch zählt. Trotz alledem hätte ich ganz gerne normalen Milch einmal da drin. Ich bin ja einfach mal so frech. Und mach das mal. Ähm, so, da wird jetzt Wasser reingefüllt. Dann müsste nach links hingehend der Output sein. Und nach hinten müsste noch ein Input sein. Hier können wir schon mal Milch reinschicken. Hier ist das auch richtig, ist heute alles konfiguriert. Ja, und hier ist auch Wasser drin. Perfekt. Perfekt, perfekt. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch das Butterrezept. Und dann habe ich eigentlich, ähm, fast alles, ne? Oder habe ich dann sogar schon alles? Ich weiß es nicht. Ich würde mir einfach mal, frecherweise würde ich mir einfach mal ein Rezept herstellen. Ähm, beziehungsweise ein Burgerrezept. Äh, da ist schon irgendwas vom Burger. Da ist schon was vom Burger. Da ist was vom Burger. Nein, ich habe noch nicht alles. Ach Gott, hätte ich ja schon fast vergessen. Wir müssen die ganzen Bratrezepte ja noch machen. Ah. Kriegen wir das noch alles unter in der Folge? Das kriegen wir noch unter. Machen wir heute ein bisschen wieder länger. Was soll's? Ich habe ja ein bisschen Zeit. So, zum einen brauche ich erstmal einen Ofen. Den fehlt uns im Prinzip da unten noch in unserer Reihe. Den könnte ich auch theoretisch einfach mal hier hinstellen, ne? Ja, kann ich. Ähm, dann brauche ich Fluidact Ultimate Cable, dass der Strom hat. Sehr gut. Nach hinten Ingang, äh, zur Seite in Ausgang. Dann brauche ich einen Bum, 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 Crofter. Start, start. So, der ist schon mal am Laufen. Äh, kann ich mir ganz kurz ein bisschen Kabel machen, dass wir unten hinten schon mal ein bisschen anders verbinden. Oder ich warte kurz ab, bis er fertig ist. Ich glaube, ich warte kurz ab. Äh, dann muss ich mir hier schon mal einen Block hinstellen, damit ich das besser treffe von hier. So, ist er fertig oder ist er nicht fertig? Das ist hier die große Frage. Der Crofter ist fertig. Sehr gut. Äh, dann einmal ganz kurz das Kabel eben kurz vernichtet. Und den Crofter da wieder dran gesetzt. Sehr gut. So, wir müssen nur noch gucken, was wir jetzt an, an Crofting-Rezepten brauchen. Wir brauchen einmal das Barley, ähm, das Barley Flower machen. Aus dem Barley Flower müssen wir das Ganze einmal kurz in den Ofen, obwohl, ja doch, können wir nochmal machen. Können wir nochmal einen Ofen machen. Ich habe jetzt schon überlegt, ob wir den, diesen anderen Ofen bauen. Ähm. Äh, und zwar konnten wir das Ganze ja hier nicht in den Furnace, Redstone Furnace. Wie ist denn das scheiß Ding hier jetzt gerade? Ah, ich bin schon wieder überfragt. Äh, nicht Redstone Furnace. Gab es nicht. Eigentlich, es geht bloß, glaube ich, mit Toast, ne? Nur mit Toast hatte das Rezept, glaube ich. Generator? Nee. Ähm. Nee, was wir aus Toast machen können. Und zwar Toast, genau. Können wir Toast machen. So. Und Toast konnten wir doch. Genau. In diesen komischen Chamber reinpacken, dann kriegen wir aus einem Brot zwei Toasts. Oh, nee. Wisst ihr was? Das machen wir ganz normal. Wir machen es ganz normal. Ähm. Ist mir jetzt ein bisschen, ein bisschen zu komplex. Und zwar Barley. Das ist das richtige Barley. Können wir in einen Pulverizer tun. Das ist aber ein Prozess und kein, ähm, nichts anderes. So. Daraus kriegen wir Barley Flower. Ähm. Dann folgendes. So. In den Pulverizer ausgeben wir Barley Flower. Barley Flower können wir in der Smeltery zu Brot machen. Und Brot können wir in der Furnace zu Toast machen. Dann brauchen wir noch im Prinzip für den Burger brauchen wir noch das Fleisch. Das Fleisch kann man nämlich auch braten. Auch noch in dem Furnace. Und dann haben wir im Prinzip das Fleisch. Das heißt also, die drei Rezepte kommen in den Ofen. Das kommt sozusagen in den, ähm, Pulverizer. Und dann habe ich, glaube ich, alles fertig, ne? Dann haben wir im Prinzip hier den Käse. Da, da, da. Salat, Tomate. Den Smoothie haben wir. Den Smoothie, die Freis haben wir. Salzhammer. Ich glaube, wir haben alles. Boah, hätten wir es, haben wir es echt geschafft. Haben wir es echt geschafft. Das ist der, der Smelter. Der Induction Smelter. Das ist der Pulverizer. So, das heißt also, hier kommt mal, machen wir mal ganz zuletzt. Und wie wir es wissen hier. Das sind so die Essenssachen, die wir, äh, 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 schmelzen und, und croften hier. Ähm, der ist auch schon verschnellert. Ne, ach, verdammt, den habe ich noch nicht verschnellert. Vielleicht sollte ich da hier auch noch diese, ähm, Reception Coils machen. Reception Coils, das sind die hier. Ein Augenblick, da dürfe ich doch bestimmt alles für haben. Ähm, eins, zwei. Und eins, zwei. Dann geht das Ganze nämlich auch ein bisschen schneller. Vonstatten. So. Perfekt. Schaffen wir es uns, einen, äh, eine Delighted Meal herzustellen. Start. Was sagt er? Es fehlt eine Pfanne. Okay. Das soll das Einzige sein. Ähm, dann, äh, croften wir das Ding doch einfach mal eben schnell. Das sollte ja nicht, nicht allzu schwer sein. Das soll er wohl hinbekommen. So, nochmal. Ein Delighted Meal, bitte. Start. Misst irgendwas? Er misst nichts. Okay. Start. Er ist dabei. Er craftet es. Und es ist fertig. Uh. So, jetzt müssen wir nur noch ganz kurz eben, äh, etwas hungern. Und dann können wir das theoretisch essen. Wie gesagt, das ganz Gute an dem, äh, Delighted Meal ist, dass er sozusagen... Was ist hier los? Wo kommst du jetzt schon wieder bitte? Wo kommt ihr bitte allgemein her? Das hätte mich jetzt echt mal interessiert. Irgendwo muss es doch hier noch dunkel sein, wo ihr immer wieder herkommt. Das ist doch einfach eine Frechheit mit euch hier. Es ist die absolute Frechheit. Irgendwo spawnen die und ich weiß nicht wo. Einmal ganz kurz nochmal F7 gedrückt. Ein Augenblick. So. Hier ist nichts mehr hell. Hier kann nichts mehr spawnen. Ist die Frage, ob er vielleicht hier drauf spawnen kann, was man nicht sieht. Was ich aber nicht glaube. Das Einzige, was man echt vorstellen kann, ist, dass die hier oben drauf spawnen und einfach runterlaufen. Hier sieht man schon, hier sind auch schon etliche Zombies verreckt hier oben drauf. Ah, wie mache ich das bloß? Dass wir trotzdem unten Monster spawnen können. Aber wir haben nämlich keine Magnum Torch. Magnum Torch wäre auch noch cool. Aber ich weiß aber auch nicht, ob da sozusagen der Spawner nicht hinterher kommen würde. So. Nichtsdestotrotz. Ich mache mal ganz kurz hier einen Absturz. Äh, ja. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz eben folgendes machen. Nicht zu hoch der Absturz. So, dass ich ein bisschen Damage nehme. Und der Damage sollte dann eigentlich über unsere Hungers Bar aufgefüllt werden. Was ich sagen wollte ist, dass sozusagen die Nutritions. Wir haben ja jetzt einen neuen Hungermod sozusagen hier drin. Ähm, dass die Nutritions hier ausgeglichen sind. Das heißt also, wir kriegen von allen fünf, was war noch fünf, ne? Nicht sechs. Ja, von allen fünfen Nutritions kriegen wir sozusagen etwas ab. Und, ähm, alle 3,6% dazu. Und so füllen wir sozusagen da das Ganze komplett voll. Und ihr seht auch, unsere Hunger Bar füllt sich dann komplett, also sehr, sehr gut. Und so können wir sozusagen alles immer schön auf den vollen Stand halten. Nice. Es hat alles so wunderbar geklappt. Das freut mich. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ah ne, wir wollten ja noch was machen. Haha. Also noch nicht ganz fertig, aber das war schon mal auf jeden Fall sehr gut. Genau, ich wollte ja noch was bauen mit Schissels und Bit. Das machen wir jetzt noch, so als kleinen Ausschank. Aber was, wie wir das hier nochmal regeln können, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Vielleicht mache ich da oben auch in die Decke diese weißen Blöcke, dass da keine Monster durchgehen können. Das wäre auch noch eine Idee. Aber dann haben wir trotzdem hier oben auf dem Dach überall Monster drauf. Äh, ich glaube, ich muss das hier irgendwie ausleuchten. Irgendwie, dass hier nichts spawnen kann. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, wie ich das am besten mache. Oder ich muss das Ding irgendwie höher setzen. Irgendwie, keine Ahnung, auf dieser Höhe oder so, dass die da unten nicht mehr von beeinflusst wird. Aber dass trotzdem hier im Prinzip die Reichweite noch bis dahin geht. Das wäre natürlich auch noch eine clevere Idee, ne. Dass wir einfach den Mob Spawner, beziehungsweise das Mob Totem, einfach etwas höher setzen. Wie zum Beispiel hier irgendwie hin. Und das dürfte dann trotzdem meine Base, sag ich mal, beinhalten. Vielleicht. Was weiß ich, wenn wir sie da hinsetzen würden. Hier so oben drauf. Ha. Wir haben mal so eine clevere Idee, ne. Können wir ja mal einfach mal machen. Ich nehme mal das Mob Totem einfach hier mal mit. Sieht ja eh ein bisschen blöd aus, wenn hier nichts ist gerade. Ich schnappe mir das mal ganz kurz. Komplett. Ähm, jetzt ist die Frage, wo ich das andere Ding jetzt hingelegt habe. Da bin ich mir gar nicht mehr ganz so sicher. Wo haben wir es hingelegt, wo haben wir es hingelegt, da haben wir es hingelegt. Einen brauche ich da noch von, den anderen, der kommt ja von unten. Dann baue ich das doch einfach mal hier hinten auf. Machen wir hier unseren Mob Totem. Ähm, so. Eins, zwei, drei und vier. So, das heißt, eins, zwei. Zwei, der oben drauf. Und. Wisst ihr, was hier eigentlich gerade ist? Barley. Hätten wir gar nicht so weit weg müssen. So, perfekt. Das heißt, das sollte hier. Ja, ja, komm her. Huch. Also einfach gestorben. Das sollte jetzt eigentlich ausreichen, dass wir hier jetzt hoffentlich nichts mehr drauf spawnen. Zur Not würde ich hier noch eventuell ein paar von diesen Flammen irgendwie auf die Ecken setzen, dass wir hier wirklich auf dem Dach nichts missbohren. Aber ich hoffe, das reicht jetzt, dass hier nichts mehr, nichts mehr ist. Ich hoffe es einfach. So, was wollte ich machen? Schüssel und Spitz, genau. Ich brauche aber noch ein bisschen Glas. Ich weiß nicht mehr, hatten wir hier hinten noch Glas? Ist hier noch ein bisschen Glas drin? Ah, ich weiß nicht mehr, wo das Glas ist, das restliche, was wir hatten. Kann auch irgendwo hier unten mit drin sein. In unseren Baugefilden. Wir haben noch so viele angebrochene, angebrochene Kisten. Hier ist noch Glas. Black Stainted Glass. Das ist das Richtige, ne? Ne, das ist das Black Glas. Das ist nicht das... War das Black? War das Black, oder? Ne, das war nicht Black, oder? Das war doch hier Grey, oder nicht? Grey Stainted Glass, genau. Warum habe ich denn Black Stainted Glass? Ich glaube, das habe ich einfach mal testweise, glaube ich, gebaut, um zu gucken, wie es aussieht. Wir wollen aber Grey haben. Dann croften wir uns doch einfach was. Und zwar ist das so, und Light Grey. Ne, Light Grey ist doch auch falsch, oder? Ist das denn nicht nur Grey? Ich meine, dass es nur Grey ist. Das Light Grey sollte ich mal rausnehmen. Das verwirrt nur. Jedes Mal wieder, glaube ich. So, lass mich mal ganz kurz 64 Stück davon nochmal wieder machen. Das Light Grey lege ich mal ganz kurz eben hier ab. Das, wie gesagt, verwirrt einfach, glaube ich, nur. Jedes Mal wieder. So. Und dann brauche ich noch meinen Schizzle und Bits. Ne, meinen normalen Schizzle brauche ich nicht. Genau. Sehr gut. Und da können wir dann theoretisch aus dem Grey Stainted, können wir dann das hier machen. Perfekt. Sehr gut. Dann einmal, halt, stopp, in diese Etage. Halt, nein, ich habe noch was vergessen. Obwohl, das kann ich auch vom Terminal aus machen. So. Add Schizzles. Ah. Hey, was habe ich denn jetzt falsch geschrieben? ELS doch. Ja, stimmt doch. Schizzles und Bitbag. Genau. Ich hätte ganz gerne so eine, oh, Grey Wool. Ach, ich brauche Wolle, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und, was brauche ich hier? Ach, ein, ein Stone. Ah, okay. Ähm, einen Augenblick. Machen wir jetzt mal ganz so. Und zwar nehme ich mal ganz kurz ein bisschen Ism. Dann nehme ich mal ganz kurz den Schizzle und Blit. Und, nee, mache ich erst mal ganz kurz, setze ich mal einen hier hin. Und baue mal ganz kurz hier mit Linksklick einen so kleinen Mini-Block ab. Was ziemlich geil ist. Also hier kann man schöne Skulpturen, alles draus bauen. Auch so ganz kleinen Mini-Sachen. Schon sehr, sehr witzig. Und dann drücke ich den da einfach rein. Dann kriegen wir hier so eine Bag. Und die Bag ist einfach dafür da, dass ich, ähm, ja, sozusagen ganz viele von diesen Bits halten kann. Ohne, dass ich sie im Inventar habe. So, jetzt muss ich mal ganz gut mit Shift hier einmal ganz kurz ein bisschen Größe abbauen. Ähm, und zwar gibt es hier doch auch, glaube ich, Medium Large. Ah, das dürfte, glaube ich, komplett sein, ne? Wups. Wups. Habe ich nämlich beide komplett abgebaut. Und die restlichen Shizzles wandern sozusagen hier rein. Haben wir ganz viele, ganz viele, viele Blöcke davon. So, und damit können wir bauen. Und ich wollte hier sozusagen so ein kleines Fenster reinbauen. Und zwar, huch, äh, den habe ich jetzt falsch gesetzt. Muss man ganz kurz eben wieder auf Mini drücken. Genau da. Das könnte ein bisschen problematisch sein mit dem Bauen. Muss ich ein bisschen üben mit, glaube ich. Habe ich selber noch nicht so wirklich mitgebaut. Ich weiß zwar, dass es existiert, der Mod. Aber, damit kann man echt geile Sachen machen. Na ja, die Sache ist, vielleicht hätte ich ganz gerne auch das hier noch getrennt. Und zwar, im Prinzip, ähm, dass ich das hier auch noch zugemacht hätte. Da ist jetzt nur die Frage, uh, hier kann er auch noch was spawnen. Ähm. Ich glaube aber nicht, dass da was drin spawnt, oder? Ich glaube nicht. Ne, da spawnt schon nichts drin. Hoffen wir mal einfach, dass da nichts drin spawnt. Ich hätte das auch noch gerne hier zugemacht, aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr mit der Kuh. Obwohl, doch, das könnten wir eigentlich noch. Ähm. Ach nee, das Goldenen Lassen habe ich ja dabei noch. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja einfach mit dem Goldenen Lassen die einfach mal ganz kurz wieder einfangen. Jetzt die Frage, wir könnten da theoretisch einfach eine Fackel reinstellen. Habe ich noch sowas von wegen, ähm. Ähm, boah, da bin ich jetzt echt überfragt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hießen. Dieses schönen Licht da. Ich könnte ein Glowball drunter schießen. Das geht auch. Na, komm, ich mache ein Glowball. Das ist eigentlich am einfachsten. Hätte ich gesagt, so eine coole Fackel oder so. Das will natürlich auch funktionieren. Machen wir es einfach mit einem Glowball. Wups. Und dann ist da unten auch alles hell. Wie gesagt, ich wollte das hier eigentlich auch noch abschließend vielleicht zumachen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das so hinkriegen. Ganz einfach. Ah, das könnte ein bisschen problematischer werden. Äh, da, 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 da. Ganz kurz die wieder eben kurz klauen. So, dann müssten wir ja theoretisch, die auch noch mal ganz kurz weg, hier eigentlich dran setzen, ist die Frage. Äh, schmiert er mir jetzt ab oder schmiert er mir jetzt nicht ab? Ich glaube, er hat mich ganz kurz rausgeschmissen. Das war vielleicht nicht ganz so fatal. Okay, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal an dieser Stelle die Folge. Und bis zur nächsten Folge werde ich dann das zu Ende bauen, was ich bauen wollte. Ähm, bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.